Wir haben wieder sehr interessante Themen. Wir haben ein Interview geführt mit Louis Schaub. Ja, es sind natürlich schon komische Gefühle. Es war lange mein Wohnzimmer, sage ich. Und ich war jetzt ein Jahr nicht mehr da. Und bin natürlich sehr froh, dass ich heute wieder da sein kann. Und werde alle Daumen drücken, die ich habe. Und einen Word-Rap mit Markus Heikinen. Ja, Steffen Hoffmann im Training. Danach war alles einfach am Platz. Aber wir blicken auch zu unserem Mitgliedertreffen. Wir schauen ein bisschen zu den Nachwuchsturnieren, die auf uns zukommen. Wir haben neue Bücher bei uns im Fanshop, die mit Rapid zu tun haben. Und vieles mehr. Ich freue mich, wenn ihr wieder mit dabei seid. Heute 19.15 Uhr auf W24 oder www.w24.at.